Hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Video bei euren guten GIF Games auf dem wunderschönen Server. Die fand ich irgendwie die Daten zu finden. Äh, ja. Und nach dem was uns heute der Tag so bringt. Ich will auch gerade überlegen, ob ich Taya behalte, weil ich habe jetzt Taya hinzugefügt. Ah, ist ja eigenes Kahn an der Titel. Ja. Wir sehen nach dem Intro, wenn irgendwas passiert. So Leute, da sind wir. Wieder nach dem Intro. Endlich mal was passiert, mal was auf diesem Scheiß-Server. Äh, ich meine einen guten Server, natürlich. Ich denke mal, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir irgendwie im Versammlungsraum sind oder wenn wir dort beim Ziel angekommen sind. Bis gleich. So Leute, hier sind wir im Versammlungsraum in den Scheißversammlungsraum. Ich hab den noch nicht mal eingestellt. Warum sind alle da? Da sie mal wieder runterbesetzt sind, wird ihnen nun ein Unterstützungsregiment zugewiesen. Unterstützungsregiment, yay. Mit die SCs. Was? Was? Ich weiß jetzt nicht, was ich hier von diesem Model hier eingeschalten soll. Welches Regiment? Das Model sieht schon eigentlich geil aus. Äh, 104. Negativ. Die 327. Wäre cool. Also. Schaut euch mal das Model hier mal an. Das lässt sich erübigen. Sieht echt geil aus. Was ist da so? Ja. Ich mag das Model. Oh, harte Eide kann fliegen. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet, ja. Alter, das ist ja mehr als die Jense, die da sind. Naja, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir losfliegen. So Leute. Da sind wir so. Äh, wir sind total. Ja, das ist echt. Entschuldigung. Mag nicht. Ach nie. Scheiße. Das ist einfach fertig, nee. Ich hab darauf jetzt keine Bock, ey. Nein. Magic. Hier. Untere. No. Koopa, sie haben Starterlaubnis. Steigen sie jetzt endlich in ihr verdammtes LRT. Steigen sie alle in den LRT. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Sie auch. Hallo? Ja? Einsteigen. Ach nee, ich bin so... Oh nee. Kommt noch jemand mit? Kann ich nicht selber fliegen? Kommt noch jemand hier mit oder nicht? Oder seid ihr alle? In Halle. Kann ich nicht bitte selber fliegen? Nein, ich bin selber fliegen. Ruhe, Ruhe. Halten Sie die Klappe, Skywalker. Niemand fragt sie nach ihrer Meinung. Ich hab ein Recht auf meine Seite. SkyGuy, Ruhe. So, da leider unser Hyperraumantrieb nicht funktioniert, müssen wir leider den ganzen Weg hin fliegen. Warum? Ich hätte fast nicht. Ja, Leute. Das ist es. Kaffee Pause. So, da sind wir wieder. So. Wir nehmen einmal bitte den Sperr und den hat Kongo. So. Ich bin hier der Pilot. Dort wo ich sage, dass wir dahin fliegen, da fliegen wir auch hin. Ne, wir machen jetzt eine Abstimmung. Äh, was ist mit Drax? Was ist mit Captain Red? Wie, Funk 1. Drax kommt ja mit. Oh, scheiße. Ich hab ja keinen Funk. Hilfe. Okay. Ich bin der einzige, der euch nicht hören kann. Fertig. Ja, hi. Ich bin der Funk. Ja. Funk ist bestätigt. Ich hab mir noch keinen Funk. Jetzt hör auf, bitte. Funk ist bestätigt. Ja, sehr leise. So. Die Feinde haben ihre Anwesenheit bemerkt und die erste Welle ihrer neuen experimentellen Druck. So, Alter, wir fliegen in den Nebenhangern. Wie haben die das denn bitte besetzt? Wir sind doch nicht mal losgefogen. Die Feinde haben ihre Anwesenheit bemerkt und die erste Welle... Ich sehe überhaupt nichts, was da da war. Also, gut, meine Herren. Wir fliegen jetzt in den Nebenhangern. Ach, Mann. Ich wollte den Haus hervorrufen. Ach, Mann. Ich wollte den Haus hervorrufen. Alles gut. Alles gut. Wer noch gedenkt darüber hat, ob der aussteigen will, der kann es jetzt sagen. Was ist das? Leider, ich öffne die Tür. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Super. Wir haben Ihnen eine Aklamatra zur Unterstützung hinzugezogen. Sie können uns gestalt sagen und wir werden dann einige Truppen hinzufügen. Wenn Sie mich hören, fangen Sie sofort mal an, dass wir hier einen Jäger hier brauchen, der sich um diese Geschütze hier kümmert. Wie rummer. Was rummer ist. Kann ich mal in jeden Jäger bringen. Verstärkungen sind eingetroffen. Nein. Ich will nicht fliegen. Was ist das überhaupt die ganze Zeit? oder? Ich zeige, ich nehme viele irgendwie zuerst. Verstärkung unterwegs. Rutsche. Also ich glaube ich sollte lieber nicht fliegen. Na gut dann wird's gleich wieder wenn das wieder funktioniert. So Leute jetzt sind wir beim zweiten Versuch. Super, Ihre Kehle sollten Sie ja immer noch füsten, oder? Na gut. Sie wissen schon, dass das Kanonenboot Raketen hat, oder? Diese können Sie ja ebenfalls nutzen. Das ist keine wütvolle Idee, da einfach so rein zu fliegen, die mit den Bomber alle zu fliegen. Ich bin der letzte Überredner. Na gut, also hab ich geflogen, ey. Speed sichern, nicht, dass du uns da drauf gehst, ne? So, wir sind jetzt im Schiff. Oh mein Gott. Das Schoß greift an. Okay, wir sind hier dann. Gehen wir wirklich. Trooper, Sie haben nur noch zwei... Sie haben einen Weg, Sie müssen über die... ...über die zweite Ebene zur ersten kommen. Obwohl, ne, über die zweite Ebene den Maschinenraum und den Rest sichern. Okay, alle zu Maschinenraum, würde ich sagen. Okay, alle zu Maschinenraum. Oh, hey, der ist ja gut. Noch eins, noch eins. Noch eins, noch eins. Wer hat die geworben? Warum lagst du es gerade so? Aua. Aua. eine Für dich haben wir im Winter gehört, nicht wahr? Ich bin jetzt in den Lenk gegangen. Ihr seid da hinten, natürlich. das ist auch ein weiteres aber was ist das was ist das du 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 oh mein Gott warum lächst du denn bei diesen dingern lächst du denn bei diesen dingern lächst du denn scheinen ok was sind das hier für die dinge denke ich mir auch ein geritt ok der waschen raum scheinbar alle aus der red eisenthalte ich habe aber tut mir leid kein Problem er hat nämlich in den letzten Momenten gehört aber die ganze Zeit ja ok freundliche Streitkräfte haben schärfere Kontrolle über den MH übernommen da sie zu lange brauchen sie sollten mal zusehen dass das hier schnell vonstatten geht wenn wir tausende Truppen kommen können wir nicht machen vor dem ihr sagt ja wir sollten erstmal den Maschinenraum sichern sonst wird das hier eine ganz kurze Mission ja ja ich habe das hier bekommen darf ich das benutzen? nein keine freundliche Waffen ja alle Hangatore wurden aus unerklärlichen Gründen geschlossen sie haben nun keinen Ausweg mehr ja dann ist das ein blöder Schub gibt doch eh keinen zieht man halt hier wieder hin und da ein paar freundliche Gruppen warum höre ich einen Helikopter? warum höre ich eigentlich einen Helikopter? ich weiß gerade auch nicht warum die sind bestimmt defekt die sind bestimmt defekt was ist das? was ist das? das 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 war's für heute. Ja, das hat noch Spaß. 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 Ja, das hat noch. Ja, das hat noch Spaß. 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 Ja, da hat noch Spaß. Ja, das hat noch Spaß. G dific tut mir ein bisschen neurologisch. Ja, vielleicht so lange. Ich weiß nicht. Was ist das? 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 Ach so da Ach so da Ich bin auch voll so aus, dass ich ihn zu sehen hab Krupa, wie sieht das bei Ihnen aus? Ich bin bei Krio Ja moll, der Zerberlecht Ja moll Ich sehe das aber ich sehe es ja, wie sie mir dann noch bei mir Ja moin Ja moin Wir sind gleich wieder